So und den allerletzten, da kommt jetzt die WHA-Fahrer und der allerletzte, ich hab's nur hier reden da drüben. Ja, den BMW, den drüben, 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 den drüben. Das müsste dann der Sündung sein, ne? Also du kommst jetzt bei uns ran, dann guckst du uns mal das hier mal an, was hier so wie form wird so schnellweise. Oh, Michael, da muss ich noch ein paar Platz durch, bitte. Ja, da muss ich noch ein paar Platz durch, genau, genau. Ja, da haben wir die Fahrer schon bei 9.5, da sind wir bei 9.5. Mal schauen, ob's noch ein bisschen schneller geht. Spannend. Ja, da haben wir die Auktare gesehen. Deutliche Schwäch beim Einlenken und das Richter ist hinterher. Ich fahr mal schön nach vorne. Einfach mal so ganz gespannt die Hände bewegen. Andrea versucht es mal gerade besitzen. Mal nichts zu machen. Michael, mach das mal eine ruhige Runde. Schön seitens nach vorne schauen und dichter als die Kegel, Michael. Dichter als die Kegel. Unterdicht. Jawoll, Andrea Janssen lasse schön gleich lenken. Mit Ausbeschließung. Dann noch mal schauen, dass da nicht gut wird. Untertitelung des ZDF. Und dann noch mal tricky. Ja. Wie fast weiss denn das Kristoff? Hast du jetzt den 11-frechtesten Autostritt? Ja. Aha. Menschen wirken. Ich kann hier mal ein bisschen Schub reinbringen, bitte, ja? Mach hier nicht rumeiern, mach ruhig dran sein, man kann so einen Druck machen. So, da muss noch was gehen, da muss eigentlich noch was gehen. So, mein Schleppi, das ist so eine nette Fahrt. Schleppi, lass mal, schlepp mal vorne rechtzeitig. So, dann lassen wir mal den Fahrer weg, ne? Genau, Benjamin, komm hier auf, fahnen die Herren gleich weg. So, Benjamin, hast du gesehen? Zuchtfahrer draußen, ne? So, we're going to beende! So, we're going to beende. So, we're going to beenden. We're going to beenden. So, we're going to beender. So, LED-QUALESTERMAN Berlin trailers. So, but das ist schon so so. So geht's jetzt manter. So, jetzt geht's aber nicht für dich ein paar paar Wachen wir uns сейчас. Das ist so, was mir fällt, wenn ich mich mal wieder freie, hätten wir den Ort wieder am Lenkrad, ganz cool. Benjamin, jetzt, wenn du bergst, das macht ganz klasse, dass ich mal einfach lenke, wenn du bergst, dann denkst du, du kommst voll, wenn ich das gerade mache, wenn ich mir das geärgst, dann ist das so voll 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 frei. Lenk- und Lenkrad, so voll 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 frei. Jawohl, Andrea, dann koste ich mich nicht so schlimm. Dann koste ich mich nicht so schlimm, wenn ich... Damit, das soll ich jetzt ganz hauen, die Presse gleich gebracht. Das ist mein Auto jetzt warm, ich brauche das Gefahrleute. Das ist mein Auto jetzt warm, ich brauche das Gefahrleute.